moin moin und hallo herzlich willkommen zu einem neuen coolen unboxing video von mir für euch heute mit was schnuckligen neues auf dem markt von der apple community es ist das ipad magic keyboard und ich habe ja schon das vorgänger modellchen hier das ist mein vorgänger modell circa ein jahr alt und dadurch dass ja dieses neue ipad pro rausgekommen ist also die neueste generation sprich die fünfte generation und diese besagte fünfte generation nicht kompatibel ist mit meinem vorgänger modell musste ich mir leider auch das magic keyboard anschaffen welches ihr jetzt hier sehen dürft das ist das magic keyboard für das 12.9 oder 12,9 inches ipad pro also für das dicke ipad pro und zwar das ipad pro der fünften generation es ist im deutsch es gibt also auch noch ein englisches tastaturlayout und die farbe die ich gewählt habe ist schwarz es gibt es aber nun auch in weiß ihr könnt die sprache sprich auf unterschiedliche sprachen setzen weil es gibt einen unterschied zwischen qwerty und qwerz das ist dann das qwerz und mit y qwerty ist dann die englische tastaturbelehrung des layouts im deutsch mit z das magic keyboard ist die perfekte begleitung für das ipad pro und das ipad air es ist nämlich kompatibel zu mehreren geräten tippen fühlt sich damit unglaublich an es hat ein trackpad für völlig neue möglichkeiten mit ipad operation system zu arbeiten einen usb anschluss zum path through laden und es schützt die vorder und rückseite unseres ipad pros das magic keyboard hat eine freischwebende designigen und wir können das ipad pro und das ipad air magnetisch daran befestigen und stufenlos den für uns idealen betrachtungswinkel einstellen und das war auch schon beim vorgängermodell so ich liebe es ist nicht günstig ohne frage aber es bringt so so ein so einen großen gainer beim workflow selber es ist ganz toll ich weiß es gar nicht mehr wie ich das vorletztes jahr ohne ein magic keyword ausgehalten habe wirklich also wenn man es einmal hat möchte man es nicht missen angenehme beleuchtete tasten und ein scherenmechanismus mit ein millimeter tasten hub für leises direktes tippen gemacht für multitouch gießen und dem cursor im ipad operation system stufenlos können wir den perfekten betrachtungswinkel einstellen und der usb anschluss zum laden des ipad pro des ipad air mit dabei das heißt wir können so dann unser ipad nicht nur laden durch den lade port durch den usb c port sondern wir können unser ipad pro auch dann zum beispiel an der magic keyboard laden der port ist hier vorne und gleichzeitig zum beispiel ein mikrofon anschließen oder andere usb c kompatible teile wie zum beispiel auch ein usb stick oder dergleichen dadurch durch diesen extra usb anschluss zum laden des ipad pros ist auch ein anschluss am ipad frei für weiteres zubehör wir falten es einfach für zusammen für ein case das vorder- und rückseite schützt wenn wir mit dem ipad pro und oder dem ipad air unterwegs sind die voraussetzungen für dieses magic keyboard hier sind 12,9 inches ipad pro der dritten vierten oder fünften generation oder es passt auch ein elf inches einer elf zoll ipad pro der ersten zweiten oder dritten generation sprich passen alle dran erste zweite dritte vierte fünfte und zwar in 12,9 und der besagten elf oder sogar das ipad air der vierten generation mit ipad os 14.5 oder natürlich höher sprich ja sprich moderner wir schauen uns jetzt mal an wie es in echt aussieht es ist wirklich sehr nice sehr schönes design ist es sowieso so und dann können wir gleich auch das vorgängermodell lichter hier links ist direkt damit vergleichen so hier ist eine schöne lasche dran zum öffnen hier sehen wir schematisch dass wie flach es ist mit dem ipad dann aufgeklappt und die winkel verstellung also es ist echt toll designt alles und es ist mir noch kein mal seitdem ich das hier benutze runtergefallen das ipad also es hält wirklich nice so wir öffnen es jetzt und ziehen hier mal die öffnungslasche weg das ist ein hochpreises produkt das heißt auch die verpackung kommt vernünftig daher und kann auch vernünftig entfernt werden so hier ist es so führen wir jetzt das auspacken fort ich denke mal das sollte hier so raus kommen wenn ich die händchen unterhalte genau zack so schön recyceltes material verwendet okay und dort ist es so wir holen es raus und schauen uns an wie es aussieht da ist ja kein ipad drin mann schade für den preis hätte ich eigentlich nur ein ipad dazu gewollt so hier ist der usb c anschluss zum laden unseres ipads und jetzt ordnen wir es einfach rum damit dann haben wir das schon erledigt so jetzt direkter vergleich zwischen beiden rechte seite ist neu linke seite ist ja gebraucht ich drehe es mal auf die gleiche seite und wir sehen das ist schon ein bisschen abgenutzt wie ihr seht aber dimensionstechnisch ist es beinahe identisch außer dass das ipad der fünften generation nicht an das vorherige magic keyboard passt weil ich meine das ipad pro in der fünften generation hat ein wenig abweichende dimensionen und deshalb wird es nicht so ganz hier dran passen also die magnet power ist dort dann nicht mehr so wie wenn es hier ist also hier sind stärkere magneten wohl drin als im vorgängermodell so klappen wir es mal auf ich habe es jetzt einmal aufgeklappt was haben wir hier noch dabei extra equipment mal gucken was hier drin ist so wir haben hier bedienungsanleitung in schnellform ein paar garantie angaben etc es gibt keine apple aufkleber sowie bei den geräten und jetzt schauen wir mal an ob etwas anders ist so anderes teil aufklappen so schauen wir uns das mal an dimensionsartig sieht es mir also es ist vielleicht ein tick höher wenn wir das jetzt so vergleichen ich lege es genau nebenan es ist vielleicht ein tick höher hier hier sind die abnahmepunkte für unsere geräte ok die aussparen für die für die kamerasysteme sind auch identisch tastatur diese tastatur wird jetzt ein jahr schon extrem benutzt aber da seht ihr auch die qualität wirklich die tastatur hübe meines vorgängers hier links sind immer noch sehr akkurat so dann haben wir hier touchpad alles cool funktioniert alles gut ansonsten die höhe hier zum vorgänger ist gleich ich sehe hier oben vielleicht ganz ganz kleinen unterschied aber ansonsten sieht es für mich gleich aus noch einmal umdrehen noch einmal umdrehen schwupp schwupp ok jetzt legen wir es mal übereinander so 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 ok also sieht gleich aus für mich wirklich komplett gleich farbtechnisch farbtechnisch natürlich ist es die gleiche farbe deshalb sieht man dort jetzt überhaupt keine unterschiede und jetzt wollen wir natürlich mal ein ipad da dran machen an das neue das heißt wir gehen hin klappen es auf so nehmen ein ipad und das ipad hat hier die drei connections Konnektivitätsfreunde die kommen hier dran das heißt wir müssen das ipad nur dran halten und dann hält es auch zack ne das war's schon ganz einfach ist es dran und bleibt auch dort hier ne es ist sehr stabil ohne frage können es vernünftig einklappen und das ipad selber hält es in Sicherheit genau da wo es auch hin soll sehr schön funktioniert alles jetzt natürlich noch wir haben ja hier jetzt links eine Aufladebuchse ein USB-C Port das heißt hier können wir jetzt jetzt können hört mal ich stelle es an klick so jetzt wird geladen so das ipad welches jetzt angedockt ist wird geladen wie ihr seht ne und jetzt zusätzlich können wir zum beispiel ein Zusatzgerät anschließen wie zum beispiel dieses Mikrofon hier einfach hier zack dran und das Mikrofon wird erkannt und auch benutzt ok also das funktioniert sehr gut ohne frage es lädt alles schnell auf ohne frage und was ganz toll ist wir haben dadurch ein weiteres eine weitere Möglichkeit hier am Start das ipad zu laden die Winkel sind ganz schön funktionieren super toll und helfen uns dort bei der täglichen Arbeit richtig loszulegen nur ich merke wirklich jetzt keinen expliziten unterschied zum Vorgängermodell aber da muss ja irgendein Unterschied sein und ich denke die Unterschiede sind dass dort mehr dass dort mehr Magnetpower drin ist jetzt wie beim Vorgänger dass wir dadurch dann das neue iPad Pro der fünften Generation sicherer dran halten können ich kann das ja mal gegeneinander anklipsen lassen pass auf wir ziehen es hier ab und hören mal vielleicht hört man einen Unterschied oder so zack hm ich spüre jetzt nochmal doch ich würde sagen es ist ein wenig mehr Power das müsste man aber am besten mit so einem Zugmessgerät mal messen ich bin mir aber nicht sicher so also ich weiß es nicht aber es ist wie immer ein sehr schönes und sehr komfortables Gerät welches wir dann ganz einfach mit unserem iPad der fünften Generation nutzen können und ich sag's nochmal auch wenn es teuer ist ich möchte es nicht missen denn dieses Gerät hier hat in meinen täglichen Arbeitswelt eine Optimierung ohne das Gleiche gesetzt auch wenn es nicht günstig ist zur Funktion wir haben erstmal ganz normal 1 bis 0 dann haben wir die Sondertasten wir haben Backspace wir haben Enter wir haben Shift Taste ganz normal wie jede Tastatur auch dazu kommt natürlich dann noch hier die Möglichkeit Control Option in CMD zu haben bei CMD könnt ihr drücken und halten und seht dann auf dem Homebildschirm was ihr damit machen könnt ihr könnt zum Beispiel CMD und H um immer auf den Homebildschirm zurück zu kommen ihr könnt CMD plus Leerzeichen zum Suchen dann kommt die Suchenauflage dann könnt ihr dann da was zum Suchen rein geben ihr könnt CMD drücken und zum Beispiel hier die Tabulatortaste damit können wir jetzt zwischen den einzelnen Apps die geöffnet sind springen so immer weiter zack gehen wir mal hier Fotos zack okay gehen wir zum Beispiel zack ihr könnt hingehen wo ihr wollt ganz easy peasy und dann gibt es natürlich die Command Tasten CMD welche dann auch noch unterschiedliche Sachen in den unterschiedlichen Apps mit sich bringen zum Beispiel in der YouTube App man kann hier Wiedergabe und Pause mit Leerzeichen machen unter Teleaktivieren mit C dann die vorheriges Kapitel nächstes Kapitel können wir zum Beispiel mit der Option und mit einer Cursor rechts oder Cursor links bewegen machen machen wir noch ein anderes Beispiel gehen wir mal wo 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 hier auf Safari dort haben wir die Möglichkeit dann auch noch mit CMD andere Optionen uns anzeigen zu lassen ihr seht also hier gibt es richtig viele Adresse öffnen mit CMD L mit CMD kleineres Zeichen zurück blablabla also gibt es ganz viel und wenn ihr gedrückt haltet wird werden diese Sachen euch auch angezeigt dann drei Finger nach oben wischen geht immer auf den Homeskin zum Beispiel zwei Finger nach rechts und links funktioniert so wie Swipen auf eurem Freundchen wenn ihr den Cursor bewegt dann seht ihr oder eher gesagt wenn ihr den Cursor bewegt mit dem Touchpad seht ihr dass dort ein Mauszeiger zu sehen ist dieser Mauszeiger kann natürlich auch dann zum Drücken benutzt werden also ihr seht ein großer Haufen von ja Optionen die euch dort zur Verfügung steht dann natürlich Caps Lock ist beleuchtet wenn es an ist wenn es aus ist ist es nicht beleuchtet und es gibt noch viel mehr ne dann sage ich coole Tastatur natürlich sehr cooles iPad Pro und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen bitte abonniert mich gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal so und so so und so dann und die dann so dann die 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 Vielen Dank.